Halli hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video. Ja ich habe mir mal wieder ein Messerchen geleistet und das ist nicht das hier das habe ich mir auch bestellt als Rasiermesser ist wirklich ein beachtliches Stückchen aber ich glaube ich bleibe dann doch lieber bei meinem Wilkinson wo man die auch ein Nassrasierer und auch ein Rasiermesser man kann aber die Klingen austauschen ich traue dieser Klinge nicht unbedingt. Ich habe mir vor längerer Zeit ein Video noch gar nicht so lange ein Video gemacht über dieses Teilchen hier über das Dr. Evil und habe auch dabei gesagt Hammerteilchen vom Design her von allem Brudal ich fand auch diesen wunderschönen kleinen Anhänger hier mit der Lebenslaterne oder mit der Laterne drin die Griffgestaltung ja die Aufschrift alles wunderbar und ich hatte glaube ich damals auch dabei gesagt es gibt dann noch ein zweites Modell auch von A.Juck und ja ich habe es mir gekauft ich habe es getan ups I did it again so und das wollte ich dann auch noch mal kurz zeigen also das ist jetzt nicht das Messer also das hier habe ich jetzt bei mir wirklich hier am Schreibtisch so als in meiner bei meinen Stiften stehen als ja als Brieföffner oder wenn man mal gerade kurz eine scharfe Klinge braucht dafür habe ich es hier ja ist schön gefällt mir richtig richtig gut ist aber nichts für mitzunehmen und noch weniger jetzt dieses Modell das ich mir bestellt habe das ganze sieht so aus ja so ist der Hammer oder ist schon der Hammer also ich musste haben ich weiß nicht warum ich weiß nicht wofür oder ob ich mir jetzt auch noch hier in den Stifthalter rein stelle aber ich musste es haben auch nur um die beiden zusammen zu keine Ahnung ich weiß es nicht ja einfach der Wahnsinn einfach der Wahnsinn so da haben wir noch haben wir noch das Öl drauf gut machen wir noch kurz reinigung so jetzt sieht das ganze schon ein bisschen besser aus ja also wieder ein A.Juck diesmal steht am Klingenrücken nichts ich weiß auch nicht wie das Modell heißt ich finde es nur ich finde es nur total abgedreht und deswegen für mich ein Must-Have die meisten werden jetzt sagen oh mein Gott unnötig oder keine Ahnung ja was will man damit keine Ahnung ich weiß nicht was man damit will man will einfach haben so genial ich finde es einfach super schön ja von der Handhabung her sag ich mal ja man muss hier den die Krähe gleich so mitgreifen dann hat man hier noch gerade wunderbar diesen kleinen Dorn am Totenkopf dieses Hörnchen wird einem noch gleichzeitig dann hier in den Handballen sticht und dann hier vorne unten drunter kleine Gympings und dann kann man auch schon Schwenker schneiden oder sich einen Apfel schälen schön ja es ist von der Klinge her ist es im Prinzip noch mal genau wie das Dr. Evil auch hier vorne mit diesem Durchlass mit der Einkerbung der Griff ist halt wieder was ganz anderes so noch einmal kurz die Daten der Griff ist ein 316er Stahl und die Klinge ist aus D2 ja das ganze ist aufgesetzt sieht man ja auch und wir haben eine Gesamtlänge von 19,2 Zentimeter wobei auf die Klinge 9 Zentimeter entfallen Schärfetest klar machen wir natürlich aber ich glaube bei einem Rasiermesser sollte es oh ja sollte es da keine Probleme geben also ich denke man kann sich sogar ohne Probleme könnte man sich damit rasieren so schneidet schneidet ordentlich aber wie gesagt da kommt es gar nicht drauf an mir ging es jetzt wirklich nur nur um dieses Design und das finde ich ich finde es einfach Bombe ich finde es klasse sieht einfach genial aus schön 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 unnötig und trotzdem hat was musste ich haben wie gesagt Messer Name fällt mir dazu keine ein das Gesamtgewicht beträgt hier bei dem Modell 119 Gramm und ja Preis lag bei 50 Euro so da würde ich sagen kurz vorgestellt kurz erzählt kurz gezeigt ja ab jetzt also ich habe jetzt noch ein paar Messer hier liegen da kommen jetzt demnächst ein paar Videos und das werden dann wirklich wieder Sachen die man mitnehmen und brauchen kann aber ich fand das hier einfach zu schön deswegen würde ich sagen wie immer ja Dr. Evil und keine Ahnung die Krähe sind jetzt wieder vereint ja und so sollte das auch sein das schnittige Duo in dem Sinne haltet die Ohren steif bleibt gesund man sieht sich bis die Tage Ciao